Wir feiern 10 Jahre Pölt TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Ja, Pölt TV feiert 10-jähriges Jubiläum und Sie bekommen die Geschenke in Form von einem Jubiläumsangebot tagesaktuell. Also jeden Tag ein neues. Und heute haben wir etwas zum Schnäppchenpreis, was meiner Meinung nach jeder Haushalt gebrauchen kann. Weil es gibt immer Grenzen nach oben, egal wie groß Sie sind, wo auch Sie an Ihre körperlichen Grenzen kommen. Und dann gibt es so kleine Hilfen. Zwei Tritt und drei Tritt haben wir hier und beide zu einem unglaublich günstigen Preis. Finde ich fantastisch. Ich habe dir die Story erzählt, wie ich versucht habe, das Spinnweben wegzumachen. Bin auf meinen Korsettdeckel geklettert und der krachte natürlich unter meinem Gewicht zusammen. Also dementsprechend weiß ich jetzt auch, wie sinnvoll ein Tritt, egal ob jetzt zwei oder drei Tritte zu Hause mal sein kann. Man hat immer irgendwas. Wenn man die Gardine mal runternehmen möchte, wenn man ein paar Spinnweben oder was aus der Ecke rausnehmen möchte, wenn man ein Buch aus dem Regal nehmen will, da gehört sowas ganz einfach mit dazu. Aber es gibt natürlich Trittleitern und Trittleitern. Hier haben wir eine richtig gute Trittleiter in zwei verschiedenen Varianten. Und die wollen wir Ihnen natürlich jetzt gerne mal zeigen. Dafür muss ich mal hingehen, weil die ist wirklich fantastisch gemacht. Zum einen kennen Sie das, wenn Sie jetzt irgendwie so einen kleinen Tritt haben, ein oder zwei Stufen, dann haben Sie in der Regel keinen wirklichen Handlauf. Und genau das finde ich so entscheidend, dass man eben nicht nur hoch hinaus kann. Also wenn ich hier bin, da fange ich schon an zu wackeln. Das ist unangenehm. Hier habe ich den Handlauf und kann mich also wirklich hervorragend festhalten. Und Sie sehen, zack, bin ich direkt einen Meter größer. Hier ist die Luft da oben. Und das Schöne ist, ich kann nicht wegrutschen. Das heißt, der Tritt selber hier hat einen entsprechenden rutschfesten Untergrund. Und ihr seht, ich habe diese Sneaker an mit diesen Gummisohlen. Das ist natürlich da mitunter eine fatale Geschichte. Das stimmt. Hier kannst du nicht wirklich wegrutschen. Aber zusammenklappen kann sie übrigens auch nicht, weil sie ist gesichert. Wenn du sie einklappen möchtest, hast du hier so einen kleinen Splint. Den machst du weg. Dann kannst du sie ganz platt sparen. Spielerisch einfach und sehr, sehr günstig. 29,95 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung für einen solchen Zweidritt aus Stahl. Liegt hier bei knapp 60 Euro. Hier ist die Bestellnummer, die ZX 8020. Und die 5690, der noch ein bisschen höher hinaus will, für den ist die zweite Variante genau die richtige. So, guck mal hier. Wow. Tada, ist das großartig. Das ist schon eine Höhe. Ich bin jetzt echt nicht anfällig, wenn es um Höhe geht. Aber da bin ich dann doch mal froh, wenn ich zwischendurch mal wieder hier so eine gewisse Sicherheit habe. Vor allen Dingen steht die Leiter sicher. Bis 150 Kilogramm belastbar. Da könnte ich Monika auch noch mit auf die Schulter nehmen. Das würde sie ohne weiteres aushalten. Und natürlich haben die auch rutschfeste Füße hier. Das heißt jetzt nicht nur auf dem Teppich, sondern auch mal auf dem Parkettboden, auf dem Laminat und so weiter. Sie kennen das. Da geht es manchmal ein bisschen rutschiger zu. Kann hier nichts mit passieren, weil die eben die rutschfesten Füße haben. Die steht also formstabil und das Ganze natürlich auch einklappbar hier. Und auch die nimmt nicht wirklich viel Platz weg. Ja, und auch hier natürlich zum Angebot des Tages, zu unserem Jubiläumsangebot. Wir schauen mal kurz auf Perl.de, was der reguläre Preis ist. Da sehen Sie knapp 60 Euro hier und heute und wirklich nur heute für 39,95 Euro. Also die etwas kleinere Variante 29,95 Euro. Die größere Variante 39,95 Euro. Ich sage Ihnen hier noch die Bestellnummer. Das ist die ZX 8021 und die 569. Und ich glaube, so etwas gehört wirklich in jeden Haushalt. Und du hast absolut recht. Ich hatte früher so einen Zweitritt ohne Handlauf. Da ist man schon bei der zweiten Stufe recht wackelig. Hier steht man sicher auch auf der dritten Stufe. Also ich finde das klasse und Sie mit Sicherheit auch nutzen die Gelegenheit. Denken Sie bitte daran, das Angebot gilt nur heute. Nur heute als Jubiläumsangebot des Tages. Und wenn Sie clever sind, gehen Sie jetzt gleich ans Telefon. Und Monika, du bist ja auch schon relativ groß. Aber es geht einfach mal Grenzen. Da kommt man irgendwo nicht dran. Das stimmt. Da braucht man so einen kleinen Tritt. Also Ihnen wird es genauso gehen. Also jetzt ans Telefon. Die kostenfreie Rufnummer, die 0800 51 51, dreimal die 4. Und holen Sie die Größe, die zu Ihnen und Ihrem Haushalt passt. Ich glaube, die Damen, die allgemein ein bisschen kleiner sind, werden das auch gerne mal in der Küche nutzen, um oben an die Schränke zu kommen, um nicht immer den Mann rufen zu müssen. Dann könntest du mir mal die Schüssel da oben runterholen. Ich glaube, es ist in vielen Sachen eine Riesenerleichterung und auch wesentlich sicherer als jede Alternative, die man benutzt, um etwas höher zu steigen. Von Stühlen rate ich immer ab, weil da hat man nicht die Sicherheit wie hier. Also ran ans Telefon. Nutzen Sie die Gelegenheit. Jubiläumsangebot des Tages. Einmal ein Zweitritt aus Stahl, einmal ein Dreitritt aus Stahl. Und damit ist Ihnen in Ihrer Wohnung nichts mehr zu hoch. Und der Preis, der ist heute extrem klein, denn das ist unser Jubiläumsangebot des Tages. Also ran ans Telefon. Tschüss.